Tch, so ist das nicht. Ich wollte nur einmal nicht mit dir hin. Oh, wer ist das? Das ist Jacob. Er ist ein Senior. Ja, ein Senior. Ey, was willst du hier? Bleib locker, Mann. Ich rede nur. Rede mit jemand anderem, Freshman. Hör mal, Max, du bist ja auch süß. Aber ich bin mit Jacob hier. Er hat ein Auto. Ja, aber mit mir wärst du gern gelaufen. Wieso bist du noch hier? Ganz cool, Bro. Ich tanze nur, okay? Oh, du nennst das Tanzen? Wenn du mich so fragst, dann ja. Oh, ich glaube, das ist klar. Na, dann leg mal vor, Freshman. Oh, ich leg vor. Es wird verlobt. Verloben und vorgelogen. Du weißt, was ich meine. Dein Bruder überwindet gerade wohl seine Schüchternheit. Wollen wir draußen eine Pizza holen? Hey, Fibi, du musst hierbleiben. Ich mach diesen Jack-Cock gleich. Pibi, kommst du? Langsam denke ich, du willst gar nicht mit mir rumhängen. Nein, nein, ich will es doch. Komm doch. So, mehr als ein Meter. Tut mir leid, Cole, ich kann dich. Dachte ich mir schon. Aber Cole! Oh! Gebrochenes Herz? Ach, komm schon, komm mir. Das brauch ich jetzt echt nicht. Ach. Die Sache mit Cole ist vorbei und das ist deine Schuld. Du wusstest, wie wichtig mir der Abend ist. Und das hier ist mir wichtig. Ich tanze gleich gegen einen Typen, den ich überhaupt nicht kenne, um ein Mädchen, das nichts von mir wissen will. Ja, du brauchst bestimmt Minuten, um das zu verdanken. Hey, ich bin dir die ganze Zeit nachgelaufen. Jetzt bist du da. Also, wenn du gestattest, ich gehe jetzt tanzen. Ich habe gehört, du machst ein Tanzduell. Bitte, gleich kosich dich. Okay, ich kenne das nur aus Film. Wer fängt an? Machen wir Ihnen mit einem Buchwerfende Münze oder knubbeln wir's Apfel zu? Oh! 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 Der ist echt gut. Und wie soll ich das übertrumpfen? Den packst du doch locker. Versuch einfach mal so was. Okay. Oh! 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 Das kann ich auf gar keinen Fall tun. Na schön dann. Pass einfach den Spinback, mach's mehr Freestyle und bring deinen Triple Maximus. Ja, mein Triple Maximus. Warte, woher kennst du meinen geheimen Mut? Dr. Colossus hostet seit was in Videos von dir beim Tanzen. Zwei Millionen Klicks? Ich zack solche dumm sprechende Tiere. Moment. Jetzt, geh tanzen. Auch nach ihm kalt. So gewinnt wenigstens du heute. Echt? Alter. 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 Vielen Dank.